Jedes Mini-Haus ist ein anderer Townie. Wenn ich weiß, was ein Townie ist, das sind einfach die Sims, die in der Welt rumlaufen. Wie zum Beispiel Wladdy Daddy oder die Landgrab-Familie. Einfach die iconic Sims, die wir alle kennen. Und ich würde auch direkt mit dem ersten Mini-Haus starten. Und der erste Townie, den wir heute bekommen, ist... Oh, Nox! Okay, 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 das ist cool. Wer meine Legacy-Challenge auf YouTube geschaut hat, der wird Nox kennen. Ich mag Nox. Und das ist er, falls ihr ihn nicht kennt. Der kommt mit dem Päck nachhaltig leben. Hier steht, Mary und Blossom sind ein Paar im Seniorenalter. Sie sind bemüht, die Stadt schöner zu gestalten. Mary konzentriert sich dabei auf ihren Garten und Blossom peppt ungenütztes Gelände farblich auf. Aber die beiden spüren das Alter in den Knochen. Zum Glück haben sie ihren Adoptivsohn Nox, der die Familientradition fortführt und für eine grünere Welt kämpft. Manchmal nimmt er das Wortenkämpfen allerdings etwas zu wörtlich. Ja, das Wortenkämpfen finde ich super. Ich würde mir auch schnell mal angucken, wie die da leben. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Grundstück. Die leben, glaube ich, in einem Container. Das finde ich richtig cool. Und wie man sieht, es wurde sehr viel von nachhaltig Leben benutzt. Deswegen würde ich das bei meinem Mini-Haus auch machen. Ich muss ehrlich zugeben, dieses Haus sieht überhaupt nicht aus wie das von Nox. Er lebt in einem Container und wir haben hier so ein fancy Häuschen. Ich habe überlegt, ob ich echt dieses Metall-Ding als Wand nehme, also als Fassade. Aber das ist echt zu wild. Und das passt überhaupt nicht. Aber wir haben das bei den Dächern. Und ich glaube, da könnte man es sogar benutzen. Was bei einem Öko-Haus nicht fehlen darf, sind natürlich die Solarplatten. Das ist jetzt das Haus von außen. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich bin echt stolz auf mich. Ich habe so richtig viele Pflanzen platziert und so Pflanzenkisten. Und der Container darf natürlich nicht fehlen. Und das Haus an sich finde ich auch richtig cool mit diesem Metall-Dach. Ich bin verliebt. Und wir können jetzt weitermachen mit der Einrichtung. Die Raumaufteilung ist wie immer wild. Es ist ein Mini-Haus. Aber ich hoffe, damit lässt sich arbeiten. Und das Erste, was wir brauchen, ist ein Boden. Und wir haben tatsächlich einen richtig, richtig schönen Boden beim nachhaltig leben. Und zwar den hier. Den verwende ich privat richtig oft. Privat, also ich meine sonst, wenn ich keine Challenge mache, dann benutze ich den richtig gerne. Und für die Wand haben wir auch was von dem Pack. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Oh, stimmt. Wir haben dieses krasse Holz. Oder wir machen es so und setzen mit dieser Holzwand einfach so Akzente. Das wäre eine coole Idee. Und ich merke gerade, ich sehe nicht so viel hier im Haus. Wir brauchen unbedingt Licht. Oh, beim nachhaltig leben haben wir interessante Lampen. Ich würde einfach mal mit dem Wohnzimmer anfangen. Und ich weiß nicht, ob ich ein Sofa von hier nehmen möchte. Es ist halt sehr groß. Wir haben nicht so viel Platz. Wenn wir das Sofa so platzieren, dann könnten, glaube ich, die Sims hier durch. Das als Kaffeetisch finde ich auch sehr cool. Es ist sogar aus dem Pack Highschool-Jahre. Ich weiß, ein Fernseher passt zu diesem ganzen Pack und so gar nicht. Aber ich finde das irgendwie cool. Deswegen lasse ich den einfach. Die Lampe habe ich noch nie verwendet. Aber ich finde, heute passt die sehr gut rein. Wir brauchen allgemein sehr viele Pflanzen. Denn es soll ja alles sehr grün sein. Und es sollte für mich eigentlich kein Problem sein. Und was darf nie in meinem Haus fehlen? Einmal die Birne und einmal der Apfel. Oh, Vorhänge haben wir auch bei dem Pack. Die sollte ich vielleicht auch verwenden. Aber irgendwie fand ich es ohne Vorhänge schöner. Ich lösche die einfach mal wieder. Das Wohnzimmer würde ich jetzt so lassen. Und wir können weitermachen mit der Küche. Bei Nox im Haus waren diese Theken. Deswegen verwende ich die auch. Die Küche so finde ich richtig cool. Auch mit der Wand. Ich glaube, das soll Metall sein. Sieht sehr cool aus. Und ich finde es auch cool, dass der Kühlschrank so ein bisschen... Der ist daneben. Okay. Das ist die fertige Küche. Ich finde sie richtig cool. Ich wollte sie jetzt nicht zu voll ballern mit Deko. Ich habe schon ein bisschen was platziert. Aber ich finde sie wirklich sehr, sehr cool. Und wir sollten vielleicht weitermachen mit dem Eingangsbereich. Denn da haben wir absolut gar nichts. Und, oh mein Gott, ich habe ganz vergessen. Wir brauchen einen Esstisch. Ich glaube, den Esstisch würde ich einfach jetzt hier so platzieren. Oh, ich merke gerade, wir haben irgendwie nicht so viel Platz für Stühle. Das Sofa ist einfach viel zu riesig für dieses kleine Haus. Wir lassen das einfach unkommentiert und machen mit dem Eingangsbereich weiter. Ich finde den Spiegel irgendwie richtig cool zu diesem ganzen Stil. Dann bräuchten wir vielleicht noch eine Pflanze. So eine, die hängt. Ist eigentlich ganz süß. Und ich würde sagen, wir sind mit dem ersten Raum fertig und können weitermachen mit dem Badezimmer. Das Badezimmer ist echt sehr, sehr klein. Dann müssen wir gucken, was wir da jetzt platzieren. Eine Badewanne wird nicht reinpassen. Deswegen nehmen wir eine Dusche lieber. Wir haben von nachhaltig Leben eine Toilette und eine Dusche nicht. Das ist gut. Einen Waschbecken haben wir aber. Und ich finde die Sachen, ja, das ist auf jeden Fall nicht das Schönste aus dem Pack. Ich nehme einfach andere Sachen. Das Bad ist sowieso gar nicht mal so interessant. Das ist das fertige Badezimmer. Wie gesagt, unspektakulär. Und jetzt können wir weitermachen mit dem letzten Raum dieses Minihauses. Und das ist das Schlafzimmer. Und ich glaube, wir haben bei nachhaltig Leben ein Bett. Genau. Oh, das ist eine coole Farbe. Die mag ich richtig. Es ist auch so ein bisschen ein Kontrast zu den ganzen hellen Farben. Hier würde ich definitiv Vorhänge platzieren. Aber die Farben mag ich nicht. Okay, nee. Wir nehmen was anderes. Oh, die finde ich gut. Gut, hier noch ein Schreibtisch. Vielleicht machen wir alles einfach ein bisschen dunkler. Einen Computer würde ich auch platzieren. Vielleicht ein Laptop. Ja, ein Laptop ist gut. Ein Bücherregal wäre eigentlich auch ganz cute. Vielleicht machen wir das. Boah, wir haben halt echt sehr, sehr wenig Platz. Man könnte es aber so machen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist das fertige Schlafzimmer. Ich finde es richtig, richtig cool. Vor allem die Farben. Und wir sind fertig mit dem ersten Mini-Haus. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr zufrieden. Ich bin ein bisschen verliebt in das Haus. Ich finde das so cool. Sowohl von außen als auch von innen. Und wir können weitermachen mit dem nächsten Haus und dem nächsten Townie. Wir müssen hier Nox einmal entfernen. Und dann drehen wir nochmal das wunderschöne Rad und bekommen... Fladidaddy! So knapp! Oh, ist es Mortimer oder Bella? Es ist eigentlich dasselbe. Und Mortimer nehmen wir natürlich wieder aus der Liste raus. Das ist die wunderbare Familie Grusel. Die leben hier. Ich zeige euch gleich das Haus. Aber das hier ist Mortimer. Und hier steht, die Grusels sind eine vornehme Familie mit einer düsteren Aura. Werden Cassandra und Alexander zwischen Mortimer, der makaberen Geschichte, verfasst und den geheimnisvollen Verschwinden Bellas ebenfalls zu finsteren Gestalten heranwachsen? Interessant. Wir gucken uns euer Haus an. Wie man sieht, ist das Haus dunkel. Passend zum Namen Grusel. Super. Und die Einrichtung ist sehr rot und sehr düster dunkel. Ich glaube, wir erkennen alle den Vibe hier. Ich finde das cool. Ich bin sehr gespannt, wie unser Mini-Haus dann aussehen wird. Deswegen, let's go! Was ich bei dem Haus auf jeden Fall verwenden muss, ist dieser Backstein. Dieser ganz dunkle. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Den müssen wir definitiv bei diesem Haus verwenden. Das Haus nimmt langsam Gestalt an und ich finde es richtig cool, dass diese zwei Häuser so krass unterschiedlich sind. Aber ich liebe es. Ich liebe einfach diese Reihe mit den Mini-Häusern. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare weitere Challenges, die ich mit diesen Mini-Häusern machen kann. Also jedes Mini-Haus ist bla bla bla. Das wäre richtig cool. Und ich glaube, ich würde es auch gerne in Streams machen. Also falls ihr Twitch habt oder kein Twitch habt, ich lade meine Streams von Twitch immer auf YouTube hoch, auf meinem zweiten Kanal. Da heiße ich Dosi Streams. Würde mich sehr freuen, falls ihr da mal vorbeischaut und vielleicht ein Abo dalasst. Würde mich wirklich sehr freuen. Okay, genug Werbung. Wir machen weiter mit dem Haus. Und das würde ich, glaube ich, offscreen machen. Und euch dann das fertige Produkt von außen. Die Einrichtung mache ich natürlich mit euch. Zeigen. Hat der Satz Sinn ergeben? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist Mini-Haus Nummer 2 und ich finde es richtig cool. Und meiner Meinung nach habe ich es relativ gut getroffen. So sieht es von allen Seiten aus. Ich finde es richtig cool. Auch die Bäume habe ich übernommen. Die habe ich bei den Grusels gesehen auf dem Grundstück. Und im Garten habe ich wirklich kaum was gemacht. Ich habe ein paar Pflanzen platziert. So eine Vogeltränke und einen Mülleimer. Oh, den Briefkasten habe ich vergessen. Und ich finde, das passt einfach zu diesem Haus. Wir können, glaube ich, mit dem Einrichten anfangen. Das ist die Raumaufteilung für dieses Haus. Ich würde einfach mal mit dem Boden anfangen. Und die Grusels haben in ihrem Haus diesen Boden. Bei der Tapete bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob ich direkt mit der Rote losstarten möchte. Das ist halt schon warm in your face. Aber das sind halt auch die Grusels irgendwie. Ich finde das Rot gut, aber ich bin mir unsicher. Doch, ich möchte das benutzen. Ich finde die Farbe gut. Passt einfach zu denen. Und ich glaube, diesmal möchte ich mit der Küche anfangen. Dafür hätten wir hier Platz. Und ich weiß gerade nicht, welche Küche sie in ihrem Haus haben. Aber ich glaube, hier würde ich einfach selber entscheiden. Ich will ja auch nicht alles eins zu eins kopieren. Ja, so eine schwarze Küche mit einer Marmorplatte. Ich glaube, das ist sehr passend. Oder lieber die Theke mit der braunen Platte. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen besser. Hier dachte ich mir, kann ich einen Kühlschrank platzieren? Dann nehme ich einfach mal den hier. Den sieht man sowieso nicht. Und Hängeschränke hätte ich eigentlich auch gerne. Könnte man so platzieren? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ja doch. Das ist die Küche und ich finde sie richtig cool. Gefällt mir wirklich sehr. Und wir können weitermachen mit dem Wohnbereich. Den Eingangsbereich würde ich... Oh, oder? Nee, wir machen den Wohnbereich. Da muss auf jeden Fall ein fancy Sofa her. Aber eins, das nicht riesig ist. Ich hätte voll gerne einen Kamin hier. Wird wirklich richtig gut zu dem Vibe passen. Aber wir haben einfach gar keinen Platz. Deswegen lassen wir den Kamin einfach weg. Und wir platzieren einen Fernseher. Ich glaube, hier in der Ecke so ein Fernseher wäre richtig cool. Also jetzt nicht mit dem Ding, aber... Ja genau, so ein Ding. Vielleicht auch so einen Fernseher. Ich bin in letzter Zeit irgendwie voller Fan von dem Fernseher. Ich glaube, das Sofa passt gut. Und vielleicht noch einen Sessel. Also bis jetzt sieht es echt gar nicht mal so schlecht aus. Was in dem Haus eigentlich nicht fehlen dürfte, ist so ein Ritter. Ja, ich würde den da auch einfach mal stehen lassen. Das ist der erste Raum. Ich finde ihn richtig, richtig cool. Wir haben hier auch ein bisschen mehr Platz. Das passt auch irgendwie zur Villa der Grusels. Und wir können weitermachen mit dem nächsten Raum. Und der nächste Raum ist ein Schlafzimmer. Das heißt, wir brauchen ein fancy, teures Bett. Und das hier ist echt teuer. 12.000 Simoleons. Aber das haben wir in so ein... Okay, das ist ein Rot. Ich glaube, hier würde ich gar nicht mal mehr so ausrasten mit dem Rot. Da könnten wir vielleicht so ein Beige nehmen. Also irgendwie... Ich bin gerade nicht so ein Fan. Dann vielleicht doch lieber Schwarz und wieder Rot. Oh Mann, ich wollte eigentlich kein Rot benutzen. Aber es passt irgendwie. Okay, wir nehmen einfach das Rot. Es tut mir leid. Wir haben heute sehr viel Rot an den Wänden. Hier haben wir noch Platz für einen Schreibtisch. Ich finde den eigentlich sehr gut. Oh, oder... Nee, ich mag den mehr. Dazu noch so einen fancy Stuhl. Und eine Schreibmaschine diesmal. Hier noch so einen Kerzenständer. Ein paar Bücher gehen auch immer. Hier auch noch so ein Bild, das einfach viel zu hoch hängt. Und... Oh, vielleicht haben wir ein Bücherregal, das hier reinpasst. Wir haben so... Oh, wir haben sowas. Das passt jetzt nicht so. Schade, wir haben kein Bücherregal, das da reinpasst. Das ist sad. Das ist wirklich sad. Dann machen wir es einfach so, damit dieser Raum genutzt wird irgendwie. Oh, eine Kommode wäre nicht schlecht. Die könnte man hier platzieren. Das ist einfach nur perfekt. Und einen Spiegel fände ich auch mal cool. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Spiegel platziert. Und irgendwie haben wir auch nicht so die besten. Okay, nee. Wir platzieren... Oh, der ist... Der ist zu fancy. Der hier ist ein bisschen besser. Den platzieren wir einfach hier in die Ecke. Und hier könnten wir eigentlich wieder ein Gemälde platzieren, weil so viele Gemälde gibt es gar nicht. Ich bin fertig mit dem Schlafzimmer. Ich finde es richtig cool. Und wir können weitermachen mit dem Badezimmer. Und das wird, glaube ich, gar nicht mal so special. Dieses Rot hört einfach nicht auf. Es tut mir so leid. Das Badezimmer ist auch fertig. Es ist halt einfach ein kleines Badezimmer mit einer roten Wand. Und das ist das fertige Haus von den Grusels. Ich finde es wirklich richtig cool. Und ich finde, man erkennt, dass es Mortimas Haus sein soll. Das zweite Haus ist fertig. Das bedeutet, wir können weitermachen mit dem dritten und letzten Mini-Haus. Und das bedeutet wiederum, wir können nochmal am Glücksrad drehen. Und wir bekommen... Oh mein Gott, ich habe so drauf gehofft. Penny Pizazz lebt nämlich in einem Apartment in San Myshuno. Und ich lese euch mal die Beschreibung hier vor. Penny ist die Quelle der coolsten Happenings und neuesten Trends in San Myshuno. Dieses Internetsternchen widmet sich mit voller Leidenschaft ihrer Karriere. Aber wird sie auch genauso viel Leidenschaft für die Liebe entwickeln? Also Penny soll ein Influencer sein. Und wir gucken uns natürlich das Apartment ganz genau an. Man sieht Penny an sich jetzt gar nicht und ihre Outfits. Aber sie hat auf jeden Fall oft Farbe und eher extravagantere Sachen. Und ich finde, im Apartment kann man das so ein bisschen erkennen. Wir haben definitiv Farbe. Es soll modern sein. Und ich bin sehr gespannt, denn das heißt, dass das dritte Mini-Haus auch wieder komplett anders aussehen wird als die anderen beiden. Und darauf freue ich mich natürlich sehr. Wir fangen wie immer mit dem Äußeren an. Und ich glaube, das will ich wieder Offscreen machen, weil das ist, glaube ich, gar nicht mal so interessant. Das Interessante hier ist definitiv die Einrichtung. Das hat jetzt richtig lang gedauert, aber ich bin richtig zufrieden. Es passiert auf jeden Fall einiges hier. Wir haben hier auch draußen Grill, dann so ein, keine Ahnung, wie man es nennt. Ich finde das richtig cool. Es ist auf jeden Fall modern. Ich habe auch mein Bestes gegeben, das Haus ein bisschen anders zu machen, damit es halt nicht aussieht wie die anderen beiden, denn die anderen sind halt nicht so modern. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass man dann hier hochkommt und hier dann die Eingangstür ist. Finde ich sehr cool. Und wir können weitermachen mit der Einrichtung. Die Raumaufteilung habe ich wie beim ersten Haus gemacht, denn ich glaube, wir brauchen hier einen etwas größeren Wohnbereich. Und ich würde einfach mal mit dem Boden anfangen. Und beim Boden würde ich halt auch direkt was Modernes nehmen. Zum Beispiel sowas. Ja, vielleicht in einer anderen Farbe. Das Helle mag ich. Das finde ich richtig cool. Ich weiß noch nicht, was ich an die Wände machen möchte, aber ich glaube, diesmal würde ich erst mal mit dem Teppich anfangen, denn ich möchte auf jeden Fall Muster und Farben in dem Haus hier haben. Zum Beispiel sowas wäre richtig gut, aber ich weiß nicht, ob mir das Farbe genug wäre. Das ist jetzt gar nicht mal mehr so modern, sondern... Boah, ich weiß jetzt nicht, welches Jahrzehnt, aber ich finde das irgendwie... Das ist cool. Ja, das nehmen wir. Diesmal würde ich auch ein etwas Kleineres so vernehmen, denn bei dem nachhaltig Leben-Ding, das war mir viel zu groß. Oh, es gefällt mir bis jetzt richtig gut. Und jetzt bräuchten wir eigentlich einen großen Fernseher. Oh, der ist halt sehr groß. Vielleicht, wenn man den kleiner macht. Ich weiß, wir haben hier ein Fenster. Der Fernseher wäre an einem Fenster montiert. Es ist halt Sims. Und ich finde, in Sims kann man sowas machen. Und es sieht halt cool aus, meine Meinung nach. Als Wandfarbe hätte ich voll gerne so einen Dunkelblau. Ja, genau die Farbe wollte ich. Und dazu so ein Rosa oder so ein Orange von dem Teppich wäre richtig cool. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde irgendwie diesen Zebra-Teppich ein bisschen besser als den anderen. Ich habe den Teppich noch nie benutzt, aber ich finde den irgendwie cool. Ich würde den auch so lassen. Also es sieht gut aus. Ich mag es. Das Wohnzimmer würde ich mal so lassen. Und ich würde, glaube ich, mit der Küche weitermachen. Da brauchen wir auf jeden Fall eine moderne Küche. Ich finde diese Fliesen irgendwie richtig cool. Die sind jetzt nicht krass modern, aber ich finde, das ist so der Vibe von Penny Pizzas, den sie so abgibt. Keine Ahnung, ich kann es schlecht erklären. Aber ich finde es cool. Die Küche ist fertig. Ich finde sie richtig cute. Und wir können weitermachen mit dem Eingangsbereich. Hier möchte ich so einen schmalen Tisch haben. Haben wir da irgendwas Modernes? Ja gut, das wäre so modern. Mag ich jetzt nicht so. Irgendwie, irgendwie hat das was. Ja, das sieht cool aus. Oh, wir brauchen auch noch einen Esstisch. Darf ich nicht vergessen. Ich glaube, den platziere ich einfach direkt jetzt. Wir nehmen den Glastisch. Ich glaube, das mit dem Esstisch ist so okay. Und hier wollte ich über diesen kleinen Tisch ein riesen Gemälde aufhängen. Aber haben wir was Modernes? Das wäre halt groß. Aber ja, die Motive sind halt nicht so Penny. Das schreit nicht nach Penny. Das zum Beispiel wäre besser. Aber ich wollte eigentlich ein großes, richtig cooles Bild haben. Das werde ich hier wohl wahrscheinlich nicht finden. Deswegen nehme ich einfach mal das. Ich würde das jetzt so lassen. Ich finde es richtig cool. Und wir können weitermachen mit dem Schlafzimmer. Das Bett finde ich richtig cool. Vielleicht finde ich da auch die passende Wandfarbe. Es hat eine sehr spezielle Farbe. Das zum Beispiel ist nicht dieselbe Farbe. Ja, ich habe es. Ich habe einfach genau die Farbe gefunden. Es ist hier definitiv bunt. Aber ich liebe es. Da kann der Teppich ruhig ein bisschen langweiliger sein. Und vielleicht das hier als Nachtisch. Nee, mag ich nicht. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Ich finde das Schlafzimmer bis jetzt richtig cute. Ich glaube, jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Dekosachen. Und dann sollten wir mit dem Schlafzimmer fertig sein. Ich weiß irgendwie nicht, was ich hier an die Wand machen soll. Ich glaube, ich würde die einfach leer lassen. Das Schlafzimmer sieht auch so ganz cute aus. Und wir machen weiter mit dem letzten Raum für heute. Und das ist wieder ein Badezimmer. Es ist ein kleines Badezimmer. Deswegen weiß ich nicht, was ich so groß anders machen soll, als bei den anderen Häusern. Ich hätte halt voll gerne eine Badewanne. Könnte man das vielleicht so machen? Das wäre halt richtig cool. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ja. Doch. Ich glaube, ich mache das. Die Sicht von außen wird aber natürlich versperrt. Dann kann ich hier eine Toilette platzieren und hier ein Waschbecken. Da würde ich, glaube ich, einfach eins von Traumhaftes InDesign nehmen. Oder das hier. Das finde ich auch cool. Okay. Wir nehmen das. Nee. Ich will Traumhaftes InDesign doch. Es tut mir leid. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme... Oh nein. Das gibt es nur in Weiß. Ja, okay. Dann nehmen wir das Weiß. Und noch einen süßen Spiegel dazu. Toilettenpapier. Ganz wichtig. Und das ist das fertige Badezimmer. Das finde ich auch ganz cute. Und wir sind fertig mit dem letzten Haus. Penny Pizzards kann auf jeden Fall hier einziehen. Und wir gucken uns doch mal die Häuser an. Also ich muss wirklich überlegen, welches ich am coolsten finde. Ich finde wirklich alle drei richtig, richtig cool. Aber ich glaube, ich finde tatsächlich das erste am coolsten. Ich mag wirklich alle. Also ich finde jedes einzelne Haus richtig, richtig cool. Aber am meisten würde ich, glaube ich, im ersten Haus leben wollen. Schreibt mir bitte unbedingt wieder in die Kommentare, welches Haus ihr am schönsten findet. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.